Ich hätte schon viel früher zu Ihnen kommen sollen, aber diesen Satz haben Sie sicher schon öfters gehört. Ich kann es ja verstehen. Darmspiegelungen stehen nicht auf der Top-10-Liste der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Aber jetzt, soweit es geht, entspannen, damit ich den Enddarm abtasten kann. Entschuldigung, Frau Doktor, bei uns ist der Kleiderhaken abgebrochen. Ich habe Superkleber besorgt. Wissen Sie zufälligerweise, wo dieser ist? Ich habe es hiermit versucht, aber das ist nur Gleitgel. Vielen Dank.